Konnichiwa Leute, ich bin's wieder, euer Flushie Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von New Super Mario Bros DS The Next Levels. So Leute, uns stehen auf jeden Fall noch die letzten zwei Levels bevor, die ich erstellt hatte. Und zwar müssen wir noch den Tower Level und Welt 1 Level 4 machen. Mehr hatte ich nicht mehr geschafft, so weit mir das tut. Also das hat dann wirklich dementsprechend echt zu viel Zeit in Anspruch genommen. Also das Editieren mit den Levels. Und so, ich will nicht weiter schwafeln, sondern direkt weitermachen. Let's go. So, ich hatte übrigens das Speicher, also ich hab grad nachgeguckt, ob ich überhaupt zwischengespeichert hatte und wie es aussieht, hab ich das wohl vergessen. Deswegen muss ich jetzt leider ein anderes Profil benutzen. So, ich hab jetzt keinen Bock wieder von neu anzufangen. Ach stimmt, ich muss ja einen Walljump machen, so. Gut, ähm, ihr seht ja, dass man einfach ganz normal hier Walljumpen kann und da seht ihr auf jeden Fall die Starcoin. Ihr könnt da leider nicht, äh, ohne Hit einfach durch. Da braucht ihr ja tatsächlich einen Stern dafür. Also wenn ihr nicht groß seid, ne, da könnt ihr ja natürlich theoretisch auch cheaten, ne. Also wenn ihr eine Stern nicht braucht und wenn ihr groß seid, dann müsst ihr euch trotzdem hinten lassen. Ne, geht nicht anders. So, erstes Starcoin. Oh shit. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir im richtigen Moment natürlich springen. Oh shit, alter. Knochen trocken. Gebe mich zu nah, alter. Das war gefährlich, bo. So, da kommst du dich einfach hoch. Da musst du wohl erstmal... Ah. Oder, warte, so geht das auch. Zack. Ja, hier müssen wir natürlich den Secret Exit noch machen. Wir machen erstmal den normalen Ende. So, das geht auch, glaube ich, viel schneller jetzt, der Part. Äh, ich werde wahrscheinlich jetzt in diesem Part nicht so viel schneiden. Weil dann wird das locker wahrscheinlich unter 10 Minuten dauern, ey. Garantiert euch. Also garantiert. Ich habe ja letztes Mal drei Levels gemacht. Deswegen. Und da habe ich ungefähr 18 Minuten gebraucht, weil ich ja viel geschnitten habe. So, aufgepasst. Jetzt kommt noch ein großer Thwomp. Müssen wir erstmal abwarten, bis die Blöcke zerstört sind. Und die Probleme durchkommen. So, ganz rechts gleich ist ein Roulette-Block. Wieso nennt sich das, soweit ich das weiß. Und er ist perfekt. Oh mein Gott! Ich bin ein Vollidiot. Ich habe übrigens die Schwierigkeit nicht verändert. Also man kann übrigens bei Warlord Junior, beim Boss, kann man sogar die Schwierigkeit ändern. Theoretisch kann ich das sogar schwerer machen. Oh, da gibt es noch ein schönes Item. So. Oh ja, ich lasse mich treffen. Ah, du kommst nicht so einfach hoch, ey. Was? Zu spät! Buffy. So, jetzt ist auch wieder Timing gefragt. Ja, genau, Alter. Ich war zu langmaschig. Ah, komm jetzt durch, Bro. Ja, Leute. Ich muss es vergessen. Ich habe schon ein Kurzzeitgedächtnis. Tschüss, Alter. Norris, what fun? Yeah, I got you, Bro. Ich brauche dich. So, wenn wir Glück haben, komm. Ich gebe jetzt mein Bestes. Oh mein Gott, Alter. Ich bin da nicht gegen. Ich bin da nicht gegen, Bro. Ich kann doch nicht sterben mehr, wenn ich so eine Scheiße war. Junge, sollst du auch draufhüpfen, Bro. Danke. Nein, chill, chill. Ich wollte schon nicht direkt rein, Alter, weil das war gerade echt sonst zu risky. Komm, gib her. Und zieh durch. Und zieh durch. Let's go. Checkpoint erreicht. So, jetzt machen wir das komplett nochmal neu. So, das normale Ende muss auch noch gemacht werden. So. Gut, wir sind jetzt schon bei 8 Minuten, laut OBS. Das ist echt ziemlich kurz, Bro. Also, ich hätte vielleicht noch ein Level erstellen sollen. Naja, komm, scheiß auf. Ich werde jetzt dafür nicht so viel schneiden. Heute. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich ja noch ein Level noch dazu machen oder so. Aber es dauert, wie gesagt, Leute. Es nimmt immer viel Zeit in Anspruch, das erstellen. Deswegen, ich denke mal, das war dann das letzte Mal. Also, ich werde dann halt das Level. Oh mein Gott. Komm ich da nicht hoch, Bro? Alter, ernsthaft jetzt? Alter, halt das Maul, Alter. Was war das denn gerade? Mein Handy hat sich irgendwas gesagt. Hallo? Hörst du mich? Oh, schade. Ich dachte, mein Handy, ey. Da war so eine Frauenstimme, ey. Moin, Alter. Wahrscheinlich, ey. Oh mein Gott. Chill your base. Let's gooooooo. So. Oh, ich wollte schon dringend weiter höher. Whisky. Oh mein Gott. Chill. Chill, Bro. Chill. Einfach chill. Gibt es kurz. Ich lasse mich hitten, ey. Das war sowas von klar. So klar, wie Faust... Wie... Faust im Eimer. Ach. Warte mal kurz. Das hat so viel Sinn gemacht, der Satz. So. Richtiges Timing ist gefuckt. Oh mein Gott. Easy peasy. So, Leute. Let's go. Brause Junior. Ich komme! Ich gebe dir gar nicht. Komm her, Bro, Alter. Ich kill dich sowas von, Alter. Du Opfer. Du kannst nix. Außer Zahnbelag. Nee, Spaß. Hab ich jetzt voll geklaut. Ach du Scheiße. Ich bin so dämlich. Ich hab die dritte Starcoin vergessen. Warte, ich mach mal eine kurze Pause. So, Leute. Ich hab übrigens jetzt voll vergessen, die dritte Starcoin noch hinzuzufügen. Ey, hab ich voll vergessen. Ich hab das auf jeden Fall jetzt korrigiert. Alter, hätte ich mir eigentlich viel früher machen sollen. Ich vollidiot. Was mach ich denn da? So. Ihr müsst halt echt gewaltig aufpassen, weil die dritte Starcoin ist jetzt bei dem großen Twomp. Und ja, da seht ihr ja oben. Vielleicht, warte. Da seht ihr ja oben bei dem Twomp. Jetzt schnell. Beeilung. Oh mein Gott. Das schaffe ich nicht mehr. Okay. Shit, aber auf jeden Fall muss das, glaube ich, gehen, wenn man schnell ist. So, wir machen das noch mal schnell zu Ende. Let's go. Oh mein Gott. Ich hätte drücken können, Alter. Tschüss. Tschüss, bro. Tschüss, bro. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich übersteuere wieder übelst. So, jetzt zieh durch. Komm, ich schaff's nicht mehr. Ah, fuck. Das war so klar, ey. So, Bowser Jr., ich bin wieder zurück, ey. Ich bin wieder zurück, weil ich dich so gerne mag, weißt du? Oh mein Gott, Alter. Chill. Nein! So, Leute, auf ein neues, jetzt schnell, beeil dich, bro, beeil dich. Nein, ich schaff's nicht mehr. Ach, fuck. So. Auf ein neues, Leute. So. Boah, dreimal, weil es so schön ist. Komm, mach's her, bro, Alter. Ist dein Ernst? Du Arsch mit Ohren, Alter, ey. Ich glaube, es hackt. Aber das hat ja keine Ohren, ey. Warum auch immer? Egal, scheiße. So, Leute. Jetzt geht's auf jeden Fall zum allerletzten Level. Ja, dann ist leider wieder Schluss, ey. Tut mir echt leid. Also, mehr war echt nicht drin, ey. Das ist echt schwierig. Müsst ihr mal selber mal ausprobieren. Also, wenn ihr das noch sehen wollt, wie man mit dem Programm Levels erstellen kann, dann kann ich das euch gerne zeigen. Aber ich kann euch nur die Basics zeigen. Also, naja, also, alles kann ich euch nicht zeigen, weil sonst, äh, das Video sonst eine Überlänge werden kann. Und, also, das würde wirklich den, äh, die Dauer sprengen. Also, es ist echt wirklich viel, wo man überhaupt, äh, ne? Also, was man da alles wissen muss. Das ist wirklich heftig. Also, ist nicht ohne, ey. Das ist schon wirklich schwieriger als gedacht. So. Let's go. Weiter geht's. So, diese Feinde hat man ja bei Welt 2 gehabt, soweit ich weiß. Ich hab jetzt mal einfach so gedacht, äh, warum fühl ich mich hierhin zu, ist ja perfekt, so, aber mit zu viel Blöcken und so, ne? So, ne, wenn wir nur mit Blöcken. Aber warte mal kurz, ich muss mal einen gucken, gerade. Ich kann mich nicht gebrauchen, bro. Ja, das war jetzt nicht scheiße. Dich brauch ich jetzt, bro, alter. Jo. Geh nach vorne, genau, richtig. Richtig und wichtig. Oh, spring nochmal hoch. Scheiße. Oh mein Gott, ich hab's nicht. Ach, Mann, ey. Dreck. Komm jetzt. Bleib stehen. Scheiße. Ah, was machst du da? Komm hoch da, verdammt. Ja, jetzt. Ja, super, ey. Toll. Ach, mein Gott. Jetzt sagst du die Hunde aus. Was war das denn? Was war das für ein Bug? Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Der ist irgendwie nach oben gespawnt. Hä? Was war das denn? Alter, okay. Also, das ist echt wirklich schwierig, überhaupt wirklich ohne Fehler ein Level zu bauen. Ohne Scheiß. Irgendwo Fehler, ey. Das ist echt nicht kinderleicht. Das ist wirklich nicht kinderleicht, wie man denkt. Also, das ist schon echt schwierig, boah. Du musst immer mit Fehlern rechnen beim Bauen. Die Hunde rasten so aus. Die Hunde rasten einfach so aus. Das ist nicht normal. So, und ab in die Röhre. Oh, ich hab die erste Starcoin vergessen. Ich bin ein Idiot, ey. Machen wir alles nochmal neu. Gleich. Scheiße. Nicht stören, ich bin gerade am Aufnehmen. Scheiße, ich bin gerade am Aufnehmen. Scheiße. Scheiße, jetzt bin ich nicht mehr groß, Alter. Ich bin so ein Idiot, ey. So. Nicht wundern, warum da jetzt jemand was, ihr Auto oder so, das ist der Hund. Och mein Gott, ich wollte die Starcoin holen. Ich bin ein Vollpfosten, Alter. So, jetzt gehen wir direkt zur nächsten Starcoin, zur ersten. Und da ist es natürlich auch ein Fehler. Ich weiß, das kann ich nicht ändern. Es ist echt so kompliziert mit den, wenn du dich so mit der Röhre verbinden willst. Da gibt es eine Option. Es ist alles so kompliziert, ey. So, ich bin bis heute immer noch nicht, wie das gehen soll. da gibt es zu viel, zu viele Optionen, was man machen kann, beim Levelbauen. Ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen oder so, aber da gibt es, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten als ein Super Mario Maker oder so. Ich weiß nicht. Voll, naja. Doch, voll. Jetzt teilweise, also im zweiten Teil gibt es noch mehr. Ich weiß. Aber da gibt es so viele Feinde auch zur Möglichkeit, also die du wählen kannst. Da gibt es über 300, 300 Feinde, die du, also klar, du kannst nicht alles auf einmal machen, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das funktioniert leider nicht. So, das brauche ich nicht mehr. Gut. Auf jeden Fall wären wir jetzt soweit gut. Das ist ja perfekt. Ja. Ja. Stammattacke. Oh shit. Jetzt habe ich mich getötet. So. So, Midwaypoint. Das nennt sich auch Midwaypoint. Also im Programm hieß das Midwaypoint, anscheinend Checkpoint anstatt Checkpoint. nicht, dass ihr euch wundert, was ich da labere. Das ist auf jeden Fall Checkpoint gemeint, mit Midwaypoint. Oh mein Gott, aber ich müsste doch irgendwie da zur zweiten Checkpoint rankommen, oder nicht? Ah, ich muss mich hinten lassen. Ja, das dauert ja so lange. Jetzt muss ich warten, bis er hoch springt. Ja, geht nicht. Er geht nicht. Fuck. Ja, Bro. Endlich. Haben wir es geschafft. Oh shit, die Zeit geht. Oh mein Gott, die Zeit. Oh shit, weiß ich. Nie teraz, babscha. Jetzt im Saliente. Jetzt im Saliente. Ach mein Gott, jetzt komme ich nicht an die Scheiße dran. Ficken, alter. Super geil, alter. Profi. Komm jetzt. Oh, was mache ich da? Nee, babscha, jetzt im Saliente. Oh mein Gott. Saada's, babscha. So, Checkpoint, haben wir ja auch. jetzt müssen wir aber natürlich groß sein, ey. Oh, alter, was habe ich jetzt verkackt, alter, ey. Hoffentlich ist da jetzt Power up. Nein, war natürlich nicht. Fuck. Okay. So, weil sonst kriegen wir diese Blöcke nicht zerstört, da wo die dritte Sarkon ist, weil da sind ja Blöcke und die müssen wir ja zerstören, die kann man ja als kleine Mauerkoppel tragen. So, habe ich natürlich so fies gemacht, man kennt es. Oh mein Gott, schaffe ich das nicht? Als ob das nicht geht. Nee, das geht nicht. Oh mein Gott, den Kupas müssen wir ja spawnen. Sonst kriege ich das nicht hin. Schwierig. Oh, die sind wieder da. Sehr gut. Sonst kriege ich das nicht. Kriege ich das nicht hoch, Alter. Ah, fuck. Ja. Was machst du da? Wieso leckt das denn jetzt? Hallo? Alter, ich dachte, ich kriege das nicht mehr hin, Alter. Oh mein Gott. Ich will nur noch ein drittes Sarkon, Leute. Mehr will ich nicht, verdammte Axt. Mehr will ich wirklich nicht, ey. Ist nicht viel verlangt, oder? Fick dich, ey. Mein Gott, jetzt muss ich wieder sterben. Scheiße, Alter. Junge, was ist denn los mit dir? Hallo? Alter, war er am Einschlafen, oder was? Ist die Steuerung komplett am Arsch, oder so? Mein Gott, ey. Kein Bock mehr auf das Spiel. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich höre jetzt auf, Alter. Tag. So, Leute. Ich will das Level einfach abschließen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ey. Ich will einfach nur, einfach nur Ende. Komm, Leute. Jetzt nicht sterben wie da so ein Scheiß. Komm jetzt. So. Ich bin durch. Gut, Leute. Das war, kann man sagen, das kurzes Projekt gewesen. Und mehr Levels habe ich nicht mehr geschafft. Es war einfach nicht mehr drin, ey. Also von der Zeit her. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich ein andermal vielleicht mal auch Levels bauen oder so. Und wieder spielen. Kann ich euch noch nicht versprechen. Müssen wir mal schauen. Aber wenn ihr wollt, schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob ihr gerne mal ein Tutorial sehen wollt. Ob ich mal mit dem Leveleditor mal zeigen soll. Die Basics, was man halt machen kann. Und so. Leveleditor. Und ja. Leute, danke auf jeden Fall an jeden, der hier zugeschaut hat. Hat mich sehr gefreut. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder einen schönen Abend hier, nachdem ihr das seht. Und ja. Haut rein. Matane.